Schlecht sind die Gesunden, haben uns eins geschunden. Der Terror der Ärzte, Weißenkittel, der Terror der Beamtenhüttel, die ganze Wut der gesunden Welt war gegen ein paar Kranke eingestellt. Doch jetzt Posaunenhallen, die Werte der Gesellschaft fallen, die Gerechtigkeit zieht blank, die Gesunden sind jetzt krank! Ist etwas mit dem Äste nicht in Ordnung?